Die Tour, wo Bierkonzert war, war das Geilste vom ganzen Jahr. Das wäre geil! Geil! Auch geil! Heute steigt hier im Wiener Gasometer das fetteste Tourbierkonzert aller Zeiten. Wir haben nicht nur die größte Heiligin, Sie haben übrigens eine der größten Heiligen Wiens angefühlt, sondern vor allem uns selber auch angefühlt. Aber seht selbst! Da müssen wir saufen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.